hallo und herzlich willkommen wieder zu strong and academy mein name ist marcel desi bevor wir hier wieder mit einer reality video loslegen möchte ich was in eigener sache kurz sagen und zwar wurde ich immer wieder gefragt da ich ja personal training macht wo ich das ganze mache und zwar ist es in münchen und es war natürlich wieder für viele ein problem weil die dann von weit außerhalb gekommen sind ob berlin bonn stuttgart nürnberg wie auch immer war und deswegen habe ich jetzt folgendes gemacht dass ich ein selbstverteilung camp am wochenende anbiete es geht am freitag los um 17 uhr also hat man noch genug zeit für die andere reise und man kann am freitag schon drei stunden trainieren dann geht samstag in der früh los bis abend dass wir da voll durchpowern und trainieren und dann am sonntag auch wieder von der früh bis zum nachmittag gegen 14 uhr so dass man dann auch wieder genug zeit hat für die heimreise das ganze ich blende es dann hier auch ein und ihr seht es auch in der beschreibung unten drinnen könnt ihr dann auf den link gehen www.strongline.de und oben ist dann der link sv camp oder querstrich selbstverteidigung minus camp dann ist man gleich direkt auf der seite da erhaltet ihr alle informationen die termine abläufe inhalte und das sind auch die inhalte die ich hier immer wieder predige auch das wird hier nämlich dann durchgegangen ob das verbales training ist deskalations training ist am drill stress training natürlich basis training wo man das wichtigste die schläge die dritte lernen dann aber auch in verbindung mit den verschiedenen angriffen und das wird dann da ist durchgegangen schaut auf die seite rein ich habe auch ein angebot für euch das heißt das angebot geht bis ende diesem monat also wenn ihr euch anmeldet noch im januar dann gibt es einen speziellen preis aber was ganz ganz wichtig ist und ich sage das ist eigentlich auch das optimale wo man dann die praxis mit den online programm verbündet bekommt er noch noch ein online programm von mir und das bedeutet ihr könnt es mit mir in der praxis trainieren und dann zu hause habt ihr immer wieder die anleitung durch das online programm wurde das was man in der praxis gemacht haben über die monate laufend immer wieder trainieren können weil bei kurse ist es oft so ihr seid dabei ein kurs ist alles top wird schön durchgepowert ein monat später hat mal so gut wie alles vergessen und da habt ihr eben dieses online programm und das ist nicht so gut das war es jetzt in eigener sache aber es ist halt auch wichtig weil hier sieht man jetzt hat viele sagen ja kammer und hier und dort und zwar jetzt gebe ich euch die möglichkeit also dann nutzt auch die möglichkeit und es sind viele plätze frei ich nehme nur auch maximal sechs leute in eine so eine gruppe das bedeutet es ist eigentlich schon wie ein personal training weil man 15 stunden mit sechs leuten durchgehend trainiert dann ist es ein 1 a training für euch ok jetzt hat schalte ich hier mal um zack genau und wir schauen uns erst mal dieses video hier an also man sieht das ist an einem bahnhof einer schaut hier oben schön ins handy immer rein telefoniert der andere scheint wie der geht vielleicht so ein bisschen angetrunken zu sein auf jeden fall bis so komisch beobachtet das ganze erst mal dreht sie wieder um und zack schlag der drauf und haut ab ok dann gehen wir mal ein bisschen genauer auf das ganze hier ein also fangen wir mal nochmal an als erstes hier bei dem oben haben wir wieder das problem was müssen wir immer in der selbstfragen beachten und ihr könnt zehn jahre lang kam sport machen wenn ihr nicht aufmerksam sein und das sage ich immer wieder prävention der aller allererste wichtigste punkt heißt aufmerksamkeit und wenn er wie gesagt zehn jahre schon was weiß ich alles macht wenn er nicht aufmerksam zeit ist alles vorbei und vergessen und es ist hier eben wieder das beste beispiel und genau deswegen bringe ich auch solche videos um euch das mal klarer darzustellen wie das wirklich im alltag in der realität ausschaut gut so also er guckt ins handy er beobachtet hier also wenn man hier schaut der hat ihn hier die ganze zeit schon fixiert da fixiert er fixiert er fixiert er überlegt ja genau gut jetzt hat der telefoniert er geht vorbei aber auch hat man kurz sehen beim vorbeigehen hat er ihn kurz angeschaut können wir noch mal kurz zurück spüren hier kurzer blick war ganz kurz nur so jetzt während gehen wir mal auf den der telefoniert ein er telefoniert und spätestens jetzt hat er merken müssen dass jemand auf ihn zu geht also es hätte hier schon auch saublöd laufen können und er hält jetzt hat ich sage jetzt mal der angetrunken wie auch immer oder vielleicht steht da unter drogen man weiß es nicht so also alkohol ist ja auch drogen aber ich meine jetzt die anderen drogen jetzt wird er hier schon mit der rechner in voll einen schwinger volle kanne geben können weil noch mal man muss die umgebung beobachten und wenn man die umgebung beobachtet dann erkennt man hier irgendwas stimmt nicht das ist wieder unser bauchgefühl und hätte er den typen gesehen hätte sein bauchgefühl ihn gewarnt das ist so vertraut bauchgefühl das realisiert dinge die ihr im unterbewusstsein wahrnehmen die er nicht einmal bewusst wahrnimmt und dann wäre ihm das aufgefallen mit dem scheiß handy war das eben nicht der fall also spätestens jetzt aber hier reagieren müssen jetzt war da wird das telefonat wieder so abgelenkt dass er nicht einmal das hier gecheckt hat gut der geht vorbei er hat jetzt gerade wieder einen blick zu ihm genommen jetzt ist auch die frage wolltet ihr eigentlich gehen oder war das jetzt eben nur okay er geht mal da so hin und und er war währenddessen die ganze zeit bei überlegen eine taktik wie kann er den eine knallen oder vielleicht das handy abnehmen wie auch immer gut zwei mal hier weiter genau jetzt sieht man hier natürlich nicht mehr viel er schlendert noch hier genau hat also quasi noch überlegt er schaut jetzt hier richtung gleis kriegt also wieder nichts mit wenn also auch wieder ein tipp wenn er abgelenkt zeit und es wäre jetzt hier so eine situation dann positioniert man sich so dass man von hinten nicht angegriffen werden kann und von der seite möglichst auch nicht beziehungsweise das wahrnehmen kann jetzt fangt hier eines bohren an dass ich hoffe ihr kriegt es jetzt nicht mit genau gut ansonsten schneide sitzen raus so ich muss jetzt gerade schneiden ich glaube der hat jetzt hier sechs sieben minuten vollgas geburt hier ok gut also ich hoffe es klappt jetzt sorry wir machen jetzt einfach weiter jetzt habe ich natürlich ein haken verloren also genau ich habe schon gesagt wenn dann sollte man sich da positionieren wo man nicht von hinten angegriffen werden kann und ja jetzt schauen wir hier gleich noch mal weiter jetzt kommt er auf den direkt zu geht auch zügig knallt in eine das handy hat er eigentlich noch in der hand so dem nicht und ist einfach gegangen also was ja auch das krasse eigentlich ist es gab scheinbar null grund sondern einfach der hat den hat irgendwas nicht gepasst den hat das gestört und dann knallte den einfach eine und das ist leider 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 zur heutigen zeit der fall zum glück nicht immer und überall und sehr häufig aber es ist so der ist steht unter drogen alkoholisiert sonstige drogen eingeschmissen also der hat einen kompletten hau weg aber wie gesagt leider leben solche leute zwischen uns eigentlich gehört da gleich eingesperrt aber ja das heißt wir müssen aufmerksam sein okay also das war das thema lasst die finger weg vom handy und wenn ihr es macht ich meine ich bin auch am handy dran aber dann bitte stellt euch positioniert euch so hin dass euch keiner überraschen kann möglichst und wenn ihr das schon macht dann hebt wenigstens ab und zu eure augen guck mal zwischendurch die umgebung an dann könnte wieder mit dem handy weitermachen aber bleibt einigermaßen aufmerksam weil wenn der nur einmal hochgeschaut hätte und hätte also wenn ich so ein typen gesehen hätte dann hätte ich nicht mehr aufs handy geguckt sondern ich hätte den typen immer aus dem augenwinkel nicht direkt weil das kann dann auch provozieren natürlich sein aber aus dem augenwinkel hätte ich immer wieder mal dahin geguckt und hätte geschaut was der macht und ob der meine nähe kommt und wenn ich merke der kommt auf mich zu dann habe ich innerlich ja meine fäuste schon geballt geballt also ich stehe schon unter strom und und sofort wenn irgendwas nur ist dass ich sofort reagieren kann es gibt dann auch so sachen wenn einer an euch vorbeigeht ich schalte mal kurz hier mal um genau das sind eben auch solche dinge wenn ihr wo entlang geht oder der kommt so an euch vorbei das ist einer damit durch schneller verteilen könnt euch zum beispiel haben am kopf kratzt und wenn der dann vorbei geht von dem wenn ich hier gerade irgendwie solche sachen macht warum ich sofort meinen schutz da habe und auch wieder reagieren kann also es sind alles so kleinigkeiten oft dazu braucht man einerseits natürlich das wissen da muss man es auch üben aber all das funktioniert nur wenn man aufmerksam sein also merkt euch die sachen bitte und ja besser aufpassen in zukunft jetzt wird es noch nicht gemacht hat gefällt mir drücken und ganz wichtig auch jetzt sind hier da dieser videos sind die mit gewalt zu tun haben das vervielfältigt youtube natürlich nicht so vor allem das letzte ich denke es wird vielleicht auch so sein ist dann ab 18 jahre eingeschränkt beziehungsweise muss man es dann bestätigen also ist es für mich ganz wichtig dass er wieder viele kommentare reinschreibt aber vor allem auch teilt teilt das ganze an euren freunden an anderen menschen weiß es ganz wichtig weil ansonsten diese videos die gehen jetzt nicht so an die masse heraus das mache ich für euch also eigentlich bringen wir die videos gar nicht so viel weil das gar nicht so raus geht so ich mache das dafür damit man mal sieht wie das in der realität ist weil wenn man das immer nur so sagt dann sage ja ja ok aber hier sieht man das mal wie das ganze ausgeht und das ist eigentlich mein ziel also teilen helft mir dass dieses youtube eben auch wirklich rausschickt und rausbringt und ja dass sie halt einfach viele abonnenten hier dadurch auch gewinnen macht es gut bis dann